Wir können vielleicht auch eine Werbung machen, was auf uns im Januar wartet. Ich lade alle ein zu meinem wunderbaren Programm mit Musik von Mozart, Dworzak und Gia Cancelli. Musik von Cancelli, die ich immer sehr, sehr gebunden bin. Und unser erster Konzertmeister, Jarolem Ruziczka, wird als Solist spielen. Ein wunderbares Werk von Gia Cancelli, Chiaro Scuro für Violin und Kamuorchester. Und dann die tschechische Suite von Dworzak. Und Jupiter, 41. letzte Symphonie von Mozart. Ein absoluter Hochpunkt, der Musik schafft in aller Zeiten. In Januar wird es auch ein sehr schönes Programm von Mozarta, Dworzaka und Giu Cancelli. Von tohto gruznického skladatele, náš prvý koncertný majster Jarolím, Emanuel Ruziczka, zahrá ako solista skladbu Chiaro Scuro, čo znamená Cherosuit pre Hussla a Komorný orchester. Na programe bude Česká sujta Antonína Dvorzaka, a potom posledná 41. Symfonia Jupiterská Wolfganga Amanda a Mozarta. Takže srdečne pozývame aj v januari na koncert. Hvala što pratite kanal.